Karawanmesse Ostschweiz St. Gallen. Wir sind hier auf dem Messestand von Mösch. Ausgestellt ist hier eine einsetzbare Küche. Hinten im Kleinbus mit Kocher, Kühlschrank. Hier eine WMOP 29. Man kann die Kühlbox reinschieben oder halt wieder rausziehen, aufmachen. So habe ich die Kühlbox. Optimale Einrichtung innen drin. Rechts habe ich einen Wassertank. Eine super Lösung für diese Kühlbox. Kühlschrank.